Mathilde! Geh weg! Wer hat mein Bett abgezogen? Mama! Das ist doch echt mein Zimmer! Wuscht ihr mir? Mathilde! Ich bin müde! Ich will schlafen! Schlaf schön! Pauline! Geh nicht weg! Und dass wir zwei eigentlich spannend sind! Wie? Wir sind die drei Muskeltiere! Aber nur zu zweit! Ja! Stopp! Ich will nie mehr mit dir tanzen! Was ist denn? Was ist denn? Mit wem soll ich denn tanzen? Mit mir? Mit wem denn soll ich? Dich gibts nicht mehr! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot!